Leute, die Gerüchteküche ist am Brodeln. Ich kann es selber nicht glauben. Ronaldo hat gesagt, er will zum BVB. Das war seine Aussage. Können wir sehen. Superstar, Ronaldo will unbedingt von Manchester United zu Borussia Dortmund wechseln. Das ist natürlich alles nur ein Gerücht, aber man sieht immer mehr Seiten posten darüber. Borussia Dortmund Network hat darüber gepostet, also Fanpages haben darüber gepostet. Und ja, es ist ein Gerücht und wenn es passieren würde, also für mich wäre es geisteskrank. Ich weiß natürlich nicht mehr als ihr oder sonst irgendwas. Für mich wäre es ein Traum, wenn Ronaldo dort hin wechseln würde. Keine Frage. Das wäre der Traumtransfer des Jahres für mich. Aber ja, wir können auch sehen hier zum Beispiel, Prime Video hat gepostet. Manager hat gesagt, dein Schützling Dortmund anguckt, blablabla. Aber Dortmund ist an einer Verpflichtung nicht interessiert. Zum einen sei der Portugiese zu alt, zum anderen passt er ja nicht in die Gehaltsstruktur. Weiß man nicht, ob das alles so gesagt worden ist, aber Fakt ist, überall wird gerade darüber gepostet. Bild plus Inhalt, das ist wahr, Ronaldo wird unbedingt zum BVB. Man weiß ja nicht, Bild-Zeitung immer, mal so, mal so. Aber es ist schon auf jeden Fall interessant und wenn das passieren würde, Leute, ich wäre auf Wolke 7. Deswegen, schreibt mal in die Kommentare, was sagt ihr? Würdet ihr das fühlen, Ronaldo in der Bundesliga oder würdet ihr nicht fühlen? Was ist eure Meinung dazu? Ich bin gespannt, was am Ende passieren wird, am Ende diesen Monats. Ob er wechseln wird, ob er bei Manchester bleiben wird. Keiner weiß es. Und deswegen lassen wir uns alle überraschen.